Leute, seid ihr bereit für Minecraft Hardcore? Mal gucken, wie lange ich, Maxi, es aushalten werde im Minecraft Hardcore. Ich werde so lange spielen, bis ich sterbe. Am Stück. Seid ihr bereit? Ja, anscheinend schon. Okay, lass uns anfangen. Mein Puls ist jetzt schon auf knapp über 100, Alter. Fast 100, was ist denn das? Einzelspieler, neu wird erstellen. Zu easy für Maxi. Schwierigkeit. Wo stellt man nochmal Hardcore ein? Ah, Schwierigkeit Hardcore. Gib mir alles, was du hast, Minecraft. Ich bin bereit. Was ist denn das? Wo bin ich denn jetzt hier? Ich glaube, das ist kein optimaler Ort zum Spawn am Anfang. Ja, ich denke, ich gehe da mal weg von hier. Ich höre jetzt schon Zombies. Gibt es Unterwasser Zombies? Ja, ne? Warte mal ganz kurz. Ich muss gar... Ist das scheiße. Fängt ja gut an. Ich glaube, da hinten ist Meerland. Da versuche ich hinzugehen. Okay, wir schwimmen einfach. Auf zur Insel, ne? Ah, der schießt schon auf mich. Ach du Scheiße. Ah, ich bin echt tot. Nein. Ach komm, nicht... Nein, 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 nein. Bitte, hallo. Halt immer noch auf zu schießen. Was ist dein Problem? Che, Homie. Ey, das ist so eine Scheiße. Ach, da hinten sind Bäume. Let's go. Oh, vor allem, diese Hähnchen, die ich ja recht neben dem Leben habe, die müssten ja auffordern, damit mein Leben auch aufgeführt wird. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, ich will keinen kurzen Stream haben. Warte, gönnen. Er fängt ja gut an. Fängt ja gut an. Ich habe so Fech gerade. Hätte ich nicht irgendwo spawnen können, wo es normal ist. Egal, was war's? Die Challenge nimmt mich an. Mein Hähnchen geht schon weg. Ich brauche Fleisch. Oh, ich sehe ganz viele Fische. Die können wir auch töten. Leute, habt Vertrauen, okay? Wir holen uns jetzt schnell ein bisschen Steine, machen einen Ofen. Ich brauche, glaube ich, zehn oder neun. Zwei, drei, vier. Was, das sind unterschiedliche Steine? Ich fahre einfach ein bisschen mehr dann. Das ist jetzt erstmal mein Haus. Zack, Ofen. Das ist doch schon mal ein recht guter Anfang, oder nicht? Geil. Oh, da ist eine Höhle. Das ist gut. Dann muss ich nicht nach unten bauen. Hallo, kann ich das mal besser einsammeln irgendwie? Ich muss mich kurz um meine Nahrung nur erstmal kümmern, okay? Oh, wie seht ihr... Oh, es wird dunkel. So, ich gehe jetzt wieder rein, weil ich kriege langsam Angst. Ich kriege Angst im Dunkeln. Kann ich... Okay, wie baut man jetzt... Wie baut man jetzt ein... Ein Boot. Fünf Holzbretter, ne? Holzbretter macht man so. So? Ist das ein Brett? Ist das ein Brett? U-Form aus denen... Ach, U-Form. Achso. Ah. Oh. Oh. Ach, das meint ihr mit... Uf. Ah, Juf. Ah. Ah, oh. Kein Kommentar. Ich könnte versuchen, mich etwas zur anderen Höhle hinzubauen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ich schaffe das schon. Wir müssen einfach nur ein bisschen... Oh. Look at that, boys. Hier ist Eisen. Sieht man das? Okay, es ist endlich wieder Tag. Nach gefühlt 500 Jahren. Ich habe Angst. Es könnte ein Creeper sein. Ja, Baby. Kein Creeper. Alles gut. Wir gehen zur anderen Hinsel. Alles gut. Kein Problem. Wuhu. Haha. Guck, ob ich fahre. Wui. 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 Miau. Oh, was ist denn das? Unterwasserwelt. Poolt. Das Atlantis. Okay. Boot, wo bist du? Mein Boot. Ich fahre mit dir in den Zoo. Ah, scheiße. Komm. Okay. Wir fahren jetzt hier rum, weil da hinten ist noch mehr Land. Irgendwie habe ich Angst vor dieser Unterwasserwelt. Ich würde am liebsten reintauchen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich reintauche, tauche ich nicht wieder raus. Ich glaube, das ist so ein Problem. Oh, hier ist es voll schön hier. Guck mal. Es gibt hier sogar Bier. Oh, ich glaube, hier mache ich mein Haus hin. Das ist eine gute Insel. Die gefällt mir. Ich brauche Schafis. Ich will schlafen abends. Ich will nicht immer den Tag durchmachen. Äh, die Nacht durchmachen. Wenn jetzt keine Schafe sind, fahre. Oh, da hinten ist Sumpf. Oha. Sumpfgebiet. Okay, Baby. Komm. Gib mich zum Schafe, Alter. Das gibt es doch nicht. Auf keiner Insel sind Schafe. Ey, das ist so ein Scam. Ey, jetzt muss ich wieder eine Nacht durcharbeiten, oder was? Ne, ich fahre jetzt. Ich fahre erstmal zurück, Leute. Ich fahre sicherheitshalber erstmal kurz zurück. Guck, siehst du? Ich habe es gut eingeschätzt mit der Nacht. Kann ich mein Auto hier, äh... Ich baue, wisst ihr? Ich mache einfach Großfläche. Ich baue hier erstmal ein bisschen hier aus. Dass ich ein bisschen Platz habe für meinen Kopf. Ich bin ein großer Mensch. Ich bin mir sicher, wenn ich mich so reinbaue, finde ich gleich... Kohle. Es ist spannend. Ich habe hier auf. Schatz, dass da Kohle ist. Super. Und ich grabe unten rum. Und genau über mir war die ganze Kohle. Fühle ich mich dumm? Minimal. Jetzt kann ich auch hier unten eine Inruhe weiterbauen. Hallo? Oh, da ist der Eingang. Oh mein Gott. Moin, Meister. Wie geht's? Wie steht's? Hey. Da muss ich noch nicht lang, oder? Ne, ne. Da geht... Ich sag mal so. Wir wissen, wo die Höhle ist. Aber der Eingang der Höhle gefällt mir da nicht. Außer mit so welchen Schluchten. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich unten zum Beispiel an der Schlucht langlaufe, könnte es immer sein, dass ein Creeper einfach von oben runterspringt und mich zerfetzt. Müssten wir gleich ein bisschen Eisen mal finden. Also ohne Rüstung bin ich ganz schnell tot, ne? Ohne Rüstung, ich glaube... Da halte ich nicht lange. Oh, was denn das? Trinkt sie dran. Kann man den essen? Ich markiere meine Insel kurz. Mit dem Jesuskreuz einfach. Perfekt. Okay, auf geht's zur Insel. Ja, Baby. Ich bin ready. So, in die Richtung müssen wir fahren. Ey, ich halte 40 Minuten schon durch. Wie hätte das gedacht, ne? Genug Essen habe ich auf jeden Fall. Ich brauche eine Rüstung. Ich brauche Rüstung und Schafe. Und ein Shit. Da fühle ich mich auf jeden Fall viel sicherer. Sonne ist nicht vorhanden. Es regnet. Egal. Ich parke mein Boot. Ja, hier unten. Ups. Ups. Ah, Mist. Sonst setze ich eine Fackel hin. Okay, jetzt heißt es erstmal Berger klimmen. Oh Gott. Oh. Kuh. Kuh macht muh. Kuh macht muh. Kuh macht muh. Komm her. Bada bada bada. Da wo Kühe sind, sind doch Schafe. Glaube ich. Katz. Katz. Zack. Tof. Zack. Katz, Alter. Weg mit dir. Ich sehe ein Schaf, glaube ich. Das ist ein Schaf, oder? Das ist ein Schaf, glaube ich. Als ob ich hier die Adler Augen des Lebens habe. Ist das? Oh mein Gott. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Oh mein Gott. Warum seid ihr nicht früher schon gespawnt? Warum seid ihr nicht früher gespawnt? Komm her. Spawn nächstes Mal früher, du doofe Kuh. Oh, scharf, meine ich. Brauchst gar nicht so gucken, Jürgen. Du bist auch tot. Ja. Du darfst nur noch deine Mutter haben, okay? Ich glaube, ich übernachte nochmal in der Höhle. Also ich mache mir, glaube ich, mein eigenes kleines Schlafloch. Und dann übernachte ich da, glaube ich. Was ist denn das für eine komische Magie? Hier ist Schnee, da ist Regen. Weird. Ein paar Sekunden später. Oh, ich kann sogar schlafen. Perfekt. Oh, Baby, Schale. Oh, oh, look at that. Look at me, look at me, look at me. Look at me, man. Look, look. Look at heavy sheep, man. And I'm fancy now. So. Okay, dann gehen wir jetzt schnell Eisen suchen. Eisen, da machen wir uns Eisenrüstung und so. Und dann würde ich sagen, gehen wir in eine Höhle. Und suchen Diamanten und Obsidian, okay? So, was habe ich gesucht? So ein schönes Land. Ja. Ah, wunderschön. Sogar mit Fernen ist das nicht schön. Ah, da gehen wir jetzt hin. Vorsichtig, aber sicher. Warte, hier ist noch ein bisschen was offen. Vielleicht könnte hier noch ein bisschen Eisen drin sein. Eisen vielleicht irgendwo so an der Kante ein bisschen. Genau, das war mein Plan. Genau das wollte ich. Richtig gut. Noch mehr Eisen. Ja, Baby. Woo. Egal, wir gehen weiter zum Festland. Oh, das war perfekt. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Guckt mal, wie schön das Land hier ist. Ich glaube, ich kann nicht echt leben. Ja, Leute, Zeit für ein Haus. Yeah, Baby. Wir bauen ein Haus. Das soll mein Traumhaus werden. Wir bauen es erst mal recht simpel. Muss ja jetzt nicht insane sein, also. Oh, das ist doch so schön groß. Zack, zack. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eine Ewigkeit später. Guckt mich an. Und ihr dürftet nicht sterben. Hä? Ich habe schon voll Rüstung hier, Alter. Bam, Baby. Woo. Eisenrüstung komplett. Guckt euch mal ein geiles Eisenschwert an. Und ich bin hier in meinem eigenen Haus. Woo. Guckt euch das an. Haus ist fresh. Oh ja, oh ja. Oh mein Gott, ich baue so ein geiles Haus gleich. Ich baue, ich fahre, änders gleich ganz kurz. Und dann, ihr werdet staunen. Seid gespannt, Leute. Ich, das wird ein heftiges Haus. Ich sage es euch, Leute, das Haus wird schön. Wir machen den Boden einfach erstmal normal, Leute. Wir machen den aus normalen Holz. Okay, jetzt fange ich an, das Äußere ganz kurz zu bauen. Jetzt seid ihr gespannt, was ich hier baue, ne? Seid ehrlich. Ich sage mal so, wenn ich das ums Haus rum machen würde und hier noch Glas reinmache überall. Ich weiß nicht, ob es lohnt, das Ganze auszubauen. Wir wollten eigentlich durchspielen. Wir wollten es eigentlich durchspielen. Was mache ich hier schon wieder? Wir gehen jetzt gleich ins Nerva. Erstmal müssen wir Obsidian holen. Da unten leuchtet es? Warum leuchtet es da unten? Ist da unten Lava? Kann es sein, dass ich sterbe? Muss aber nicht sein. Also die Diamanten sind, soweit ich weiß, ab Höhe zwölf ungefähr. Da müssen wir hin. Wir brauchen Diamanten, weil mit Diamanten können wir eine Diamantspitzhacke machen. Wenn wir eine Diamantspitzhacke haben, können wir Obsidian abbauen. Dann können wir in Snaver gehen und dann werden wir sterben. Okay, okay. Wir sind tiefer in der Höhle drin. Easy. Ah, ich habe voll Angst. Es traut mich trotzdem. Dufe Kuh. Die Höhle ist groß. Öh, lass uns kämen. Ich muss tiefer. Ich will nur so ein bisschen... Okay, Enderman. Wir müssen nur weiter runter. Wir sind überall Eisen, aber eigentlich habe ich genug... Eisen. Ja, hier geht es runter. Ja, hier ist auch Gold. Das ist... Das ist... Gut. Gut, aber auch gefährlich. Welche Ebene sind wir? 27. Wir sind fast da, wo wir hinwollen. Hier ist, glaube ich, irgendwo Lava. Ich habe ein bisschen Lava gehört gerade. Hier ist Gold. Aber ich höre überall Lava. Wir brauchen ein bisschen runter. Da ist sie. Lava gefunden. Okay. Okay, wir bauen jetzt langsam runter. Wir haben Lava gefunden. Könnte halt eine offene Höhle sein, wo Zombies oder so sind. Äh, Rubine. Äh, ich meine Redstone. Hier können jetzt irgendwo Diamanten sein. Wenn ich das Wasser von hier oben runter kippen lasse. Ähm. Ja, dann gibt es Obsidian. Okay, perfekt. Herr damit. Geil. Okay. Okay, wir haben Obsidian, aber es fehlen halt einfach Diamanten. Wir bauen einfach mal ein bisschen weiter. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir gleich einfach auf Eisen stoßen werden. Äh, auf Diamanten. Komm schon. Ja. Ich habe es gecallt. Ich habe es gecallt. Ich habe gecallt, dass gleich Diamanten kommen. Wer ist der Beste? Ich bin der Beste. Woo. Richtiges Gefühl. Mua. Richtiges Gefühl. Ah, geil. Aber nur einer, oder? Was ist denn das hier jetzt? Nur einer? Ah, zwei? Ich brauche drei, oder? Ich brauche genau drei. Bitte, bitte. Nein. Es sind nur zwei. Es sind nur zwei Diamanten. Ich brauche drei. Oh, mein Gott. Es sind drei. Nevermind. Ich bin einfach scheiße. Es sind vier. Ja. Baby. Juhu. Ich kann rausgehen eigentlich, ne? Ich brauche jetzt einfach noch gleich Obsidian ab. I'm a genius. Da ist sie. Die Diamantspitzhacke. Uh. Geil. Geil. Jetzt können wir Obsidian abbauen. Leute, wir nähern uns langsam den Neverportal. Ja. Und ihr lachtet, die Sterbe früh. Nichts da, Alter. Okay, wir haben ein. Wir brauchen zehn. Zehn, elf? Zwölf? Wie viele brauchen wir? Oh. Baby. Weg mit dir. 2.000 Jahre später. So. Wir haben 16. Das reicht. Okay, hier ging's zurück. Guck mal, ich hatte ein richtiges Bauchgefühl. Einfach ein paar Meter gegangen. Dann kann ich ja eigentlich das Neverportal jetzt bauen, ne? Ich gehe jetzt erstmal zum Haus zurück. Wo ist der Weg zum Haus? Da finden wir auch schon. Das Haus war hier in der Nähe. Da. Da ist mein schönes Haus. Okay, wir machen jetzt das Neverportal. Wir bauen das Neverportal einfach hier hin. Hier ist das Neverportal gut. Eins, zwei. Leute. Wer hat Minecraft schon 30 Mal durchgespielt? Der Dino. Moin, Alter. Perfekt gebaut. Okay, okay. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für das Never? Wir haben das Never gebaut. Ja, ich will doch nur ins Portal reingehen. Was machst du denn? Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, was machst du diese? Kann der Türen öffnen? Was willst du von mir? Dove Zige, Alter. Ich will doch nur ins Portal gehen. Kann ich mich mit dir anlegen, Alter? Ich mach dich fertig. Ah, nein. Wow. Woo. Baby. Woo. 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 Guten Morgen. Geh doch einfach weg. Was hab ich dir getan? Gib mir deinen Armbrust und geh. Ich, letzte Chance. Komm um den Winkel rum. Ich hau dich. Komm um den Winkel. Dann machen wir es eben so. Ah, er hat mich ab. Du doofel Zige. Komm mal hin, Junge. Ich mach's kaputt. Was, Alter. Mmh. Weg mit dir. Kannst nicht? Loser. Irgendwann später. So. Ähm, never. Ah, wir sind im Never, 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 Never. Baby. Baby, wir sind drin. Wir sind drin. Wir sind drin. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Zeichen rechts oben ist, aber egal. Okay, wir müssen smart vorgehen. Okay. Ich hab mich grad fast verklickt. Oh mein Gott. Ich hab mich grad fast verklickt. Oh mein Gott. Äh. Also das Ding ist, ich hab mit Paluten schon recht weit aufgenommen. Und wir waren auch zusammen im Never. Das heißt, ich hab ein bisschen Erfahrung jetzt im Never. Der hat ein magisches Schwert. Kann ich sein Schwerk klauen? Euch kenn ich. Mit euch drehe ich mich nicht an. Wo muss ich lang? Hm. Gibt es einen Weg, wie ich das schneller finden kann? Pfff. Hör doch auf, du dicke Wurr. Alter, Junge. Alter, der... Der Arsch hat mich... Ich dachte, er schützt mich gleich in die Lava. Ich dachte, ich seh nicht richtig. Das ist der... Gas. Hallo? Was wird denn das jetzt? Oha, Che. Was hab ich dir getan? Kann man das nicht zurück... Ah, ich kann zurückhauen. Komm her. Ah, ich wurde getroffen. Mom! Ich brauche einen anderen Weg, da gehe ich nicht mehr lang. Drei Wochen später. Kann sein, dass es einfach absolut nichts bringt, was ich hier gerade mache. Außer habe ich ein bisschen Angst bei der gerade, wo ich hier bin. Oh mein Gott. Oh. Uh, Baby. Oh, Junge. Oh, Junge. Das war gerade richtig knapp. Alter. Alter, direkt angefangen zu schwitzen. Puh. Schnell reagiert, sag ich mal, ne? Viele Monate später. Wir nehmen einen anderen Weg. Wir nehmen... God damn, bin ich dumm. Wir nehmen einen anderen Weg. Mister! Möchtest du haben? Hier. Lol. Hier, noch einer. Braucht die nicht. Lol, ich kriege... Was hab ich denn da bekommen? Beinahe da Obsidian? Lol. Schenk mir noch was. Das brauch ich nicht. Ey, komm. Geht von... Geh nicht immer wieder auf den Steine hoch. Bitte schenk mir... Ein paar Pären. Was soll ich damit? Gibst du mir deinen ganzen Dreck? Was soll ich mit einer Feuerkule anfangen? Ja! Du Dummkopf. Genau! Ach, du warst absolut useless. Ich kann doch einfach Enderman-Hilten für Ender-Pären, oder nicht? Überall Schweine. Ich hab die Festung gefunden. Oh mein Gott, ich hab die Festung gefunden. Ich brauche... Ich brauche acht Blaze-Rods oder so. Okay. Das könnte gefährlich werden. Ist das ein Spawner? Heiß, 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 heiß. Das ist gut, das ist gut. Ich brauche diese Blaze-Rods-Dinger, aber Ihren Bruder Kylo gönnt hier nicht so gut. Komm! Ah, noch... Ach so! Ah, scheiße! Heiß! Ah! Kacke, kacke, kacke. Auf einmal sind da so viele... Oh, scheiße, ihr verfolgt mich. Macht nicht dieses. Ich hab noch nie Minecraft durch... Komm doch her! Ich brauche den Bogen, Alter. Warum habe ich keinen Bogen? Oh! Das ist nicht gut. Scheiße! Ah! Oh mein Gott. Ah! Käse! Es tut mir leid! Hahaha! Ich will nicht mehr! Hahaha! Es ist so schwer! Es bringt ja nichts, wenn ich nach Hause gehe. Oh, ist das hier ganz schön offen. Ich könnte den Bogen holen von zu Hause. Stimmt. Wir gehen jetzt ganz kurz zurück und holen uns einen Bogen. Ich glaube, ohne Bogen wird das echt nicht. So sieht für mich ein Bogen aus. Ist das falsch? Gibt es eine Anleitung? Bau. Ah! Oh! Ah! Ah! Ich hab einen Bogen! Aber ich brauche auch Pfeile. Was bringt mir einen Bogen ohne Pfeile? Mist! Feuerstein, Sticks und Federn. Aber ich hab keinen Feuerstein. Stick, Federn, Stick. Ey! Greifen die einen so an? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich abschie- Ihr dopen Kühe. Haha! Hehe, kennt euch gegenseitig. Jedes Mal, wenn sie diesen Schuss daneben machen. Ihr seid so scheiße, ne? Könnt nichts, Alter. Könnt gar nichts. Loser. Feuerstein. Federn. Dick. Fahrstimmig? Nebeneinander. Ist doch nebeneinander. Das ist die falsche Kombo. Schräg. Ah. Untereinander senkreis. Ach so, Matja. Ne. Ah! Ich hab's 22, Leute. Ich glaub, so können wir nochmal reingehen. So können wir jetzt nochmal reingehen und es nochmal versuchen. Wir haben jetzt einen Bogen. Okay, okay, okay. Wir sind wieder zurück im Never. Jetzt haben wir einen Bogen. Eben haben wir ein bisschen daran verkackt, dass wir keinen Bogen hatten und irgendwie nicht in Nahkampf gekommen sind. Hier oben ist mein Weg. Hier muss ich lang. So. So, hier bin ich langgegangen. Okay. Ich bin einen Weg wieder gefunden. Oh Gott. Ja, die Richtung müsste richtig sein. Hier unten ist es. Okay. Hier ist überall blaues Feuer. Dauernd war mein Kampffeld. Okay. Och nicht, du schon wieder. Bitte nicht lang. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe... Ja, geh einfach weg. Der ist aber weg. Was ist das für komische Figuren? Ich würde das irgendwie einbauen. Ah, ah, scheiße. Ah, chill, 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 chill. Ich war noch nicht ready, ich war noch nicht ready, ich war noch nicht ready. Ah, scheiße. Scheiße, wieso ist er rausgekommen? Was, Leute, warum löchert der so? Hab ich rum. Tot. Ja, Nummer eins ist tot. Oh, Digga, ist das Treibstand? Ja, okay, ich hab eins von diesen Blastingern. Eins. Guck mal, die spawnen jetzt. Ich hab die eingesperrt. Oh mein Gott, ich bin so gut. Was, hä? Was ist das zu machen, hä? Ganz ja schön. Aua. Warum kann der mich hauen? Sieht ihr? Die spawnen drin. Oh ja, und wieder drin spawnen. Ja. 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 Ich finde, ich mach das richtig gut. Voll easy, Hardcore, Alter. Wie viele Pfeile hab ich noch? Sieben. Könnte reichen. Da muss ich noch ein Schwein vorbei. Da ist jetzt ein paar... Aua. Da ist aber sehr viele gerade drin. Ich brauche... Ach. Ach. Oh mein Gott. Unlucky. Unlucky. Das ist nicht gut. Warum greift die von der anderen Seite jetzt an? Nein! Mom! Toastetor! Was ist denn der Scheiß jetzt? Hab ich kaum noch Pfeile? Drei Stück? Damit krieg ich allerhöchstens einen kaputt. Hab ich getroffen? Ich hab safe getroffen. Ich muss für Nahkampf gehen. Oh nein! Mann! Scheiße! Was ist das für ein Kampf hier? Gehnt doch bitte! Ich hab's geschafft! Oh, einer ist gestorben. Komm, komm, komm. Oh Gott. Oh. Nein! Ah. Ja! Scheiße! Lauf! Nein! Was ist denn Scheiß? Ich hatte es doch fast. Was? Ich hatte keine Steine mehr übrig. Mann! Ach, Mann! Ich hatte es fast. Mann! Ich dachte, ich schaff das davon. Nee, da kommt auf einmal alles von hinten. Und ein Scheißschwein bringt mich fast um. Oh. Hey. Auch noch, dass der Sand da sein muss. Ne? Ach, nee. Ich war voll weit. Irgendwann schaff ich das. Ist gar nicht so schwer eigentlich zu schaffen. Aber ich schaff mir einfach eine klinik. Ja. Ich bin noch mit.